Montag ist Montag. Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zur Höffi Show. Ich bin Claudia und ich habe heute ein ganz besonderes Produkt, was ich Ihnen zusammen vorstellen möchte mit der Chetina. Hallo Chetina, schön dass du da bist. Hallo Claudia. Wir haben heute eine richtig coole Decke und ich kann wirklich sagen, dass die Decke cool ist, weil sie wird wirklich auf Instagram hoch und runter fotografiert mit Hashtags versehen. Es ist Hygge. Habe ich das richtig ausgesprochen? Richtig. Erzähl uns noch ein bisschen was zur Hygge. Warum ist es so ein trendy Teil im Moment? Ja wir haben hier eine tolle Wohndecke im Junkie-Knit. Was bedeutet Junkie-Knit? Junkie-Knit bedeutet, dass wir hier eine Decke haben, die mit großen Maschen gestrickt worden ist und ja wie du schon gesagt hast, man sieht sie wirklich in allen Social Media Plattformen und Hochglanzmagazinen. Also ein absolutes It-Piece. Absolut. Wir haben ganz schöne Farben heute für Sie im Angebot und zwar ist das einmal Silber. Richtig. Und bei dir, Chetina, ist der Anthrazit-Ton auch ganz schick und Sie können diese Decke natürlich einmal zum Einkuscheln benutzen. Sie ist wirklich total weich und kuschelig. Aber was ich mir auch ganz gut vorstellen kann, Nordic Design ist im Moment wirklich, wirklich angesagt. Man kann sie auch prima über die Couch, über das Sofa legen, was wir gerade gemacht haben oder eben auch als Bett-Zudecke bzw. als Überdecke über das Bett, oder? Genau, einfach als Plate auch benutzbar. Es ist ein tolles Wohnaccessoire, was wirklich so eine gemütliche Atmosphäre in den Raum bringt. Und zugleich auch natürlich auch ein Design-Piece. Auf jeden Fall. Und jetzt, liebe Zuschauer, haben wir ganz tolle Neuigkeiten für Sie. Und zwar, was kostet denn das Plate, Chetina? Ja, das Plate, was wir hier liegen haben in der Größe 1,30 mal 1,60, kostet 39 Euro. Solange der Vorrat reicht. Also es ist wirklich ein Dauertiefpreis. Liebe Zuschauer, also greifen Sie zum Hörer, rufen Sie uns an auf der Hotline oder schauen Sie online im Internet auf unserer Webseite nach. Oder kommen Sie vorbei zu Höfner und holen Sie sich wirklich dieses It-Piece. Sie sind ganz modern, wenn Sie dieses Plate zu Hause haben. Wie Chetina es gerade gesagt hat, es ist überall auf Social-Media-Plattformen, wird es promotet, weil es einfach ein wirklich cooles Teil ist. Chunky Knit, so heißt diese grobe Struktur, die wir hier sehen. Und wir haben die tollen Farben in Silbergrau und Anthrazit. Und wir zeigen Ihnen die Decke jetzt noch etwas genauer. Ja, liebe Zuschauer, das ist unsere Hygge, unser Plate. Und Chetina hat es gerade gesagt, für unfassbare 39 Euro können Sie Hygge mit nach Hause nehmen, aber nur solange der Vorrat reicht. Das heißt, wenn die Decken ausverkauft sind, können Sie leider keine mehr mit nach Hause nehmen. Die beiden Farben, die ich gerade vorgestellt habe, Silber und Anthrazit, welche gefällt dir am besten? Ich habe beide. Ach, du hast beide schon zu Hause? Genau, im Schlafzimmer dann die Silberfarbwinde, der etwas gedecktere Farbton und im Wohnzimmer das schöne Anthrazit. Und prima, also greifen Sie zu. Online können Sie Hygge kaufen oder natürlich auch stationär im Handel. Oder Sie rufen einfach die Hotline an, lassen sich beraten. Und wenn Sie bestellen wollen, sagen Sie einfach, ich möchte die Hygge haben in Silber oder in Dunkelgrau. 1,30 mal 1,60 für 39 Euro, solange wie der Vorrat reicht. So, wir kuscheln uns hier noch ein bisschen ein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ich freue mich auf die nächste Show. Montag ist Wohntag, wo wir wieder ganz tolle Produkte für Sie haben. Bis bald. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017